So Leute, das ist eine heiße Angelegenheit. Rakete voll Effekte aber ich glaube auch ohne BKS. Okay, ich hätte mir etwas größeres erdacht. Dafür, dass das locker 100 Gramm waren, ich weiß jetzt nicht genau wie viel, aber ich habe es nicht abgebogen. Ich hätte geschätzt, das wäre 5-6 mal so groß gewesen. Ist nicht mal verkohlt das Plastik, also nur verkohlt. Nicht mal geschmolzen oder so. Und den Rest ist hier nicht so groß zu sehen. Nur ein bisschen Rasen an der Kurbel. Tschüss, bis zum nächsten Video.